Wir springen zurück an den sechsten Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Nachholspiel zwischen Eisbären Berlin und den Schwenninger Wild Wings. Die Fans in freudiger Erwartung, denn ein Punkt würde den Eisbären reichen, um Platz 4 zu festigen. Und das wäre das Heimrecht für die Playoffs. Die Eisbären kwingen gleich gut an Ramech. Dann kommt Nöbels an die Scheibe und da ist Leo Föderl. 1 zu 0 in der neunten Minute. Leo Föderl, natürlich die Garnerei der Berliner trifft. Scheppert auf Nöbels, Nöbels auf Föderl. Und Strahlmeier kann die Scheibe nicht halten. Neunte Minute, also gleich mal das Ausrufezeichen für Sergio Böhr und seine Eisbären Berlin. Dann Mark Over mit einem Geniestreich auf Reichel. Reichel, aber Reichel kriegt die Scheibe nicht rein, weil Strahlmeier gut hält. Und auf der anderen Seite sind es dann gleich die Schwenninger, die auch gut zur Möglichkeit kommen. Aber Justin Foggi mit seiner neuen Maske im Eisbären-Design ebenfalls auf dem Posten. Hier Reichel gegen Strahlmeier. Und auf der anderen Seite ist es Justin Foggi. Niklas Sundblatt bleibt weiter im Spiel. Ihr seid gut dran. 1 zu 0 stand es nach den ersten 20 Minuten. Tore fielte nicht viel. Aber dann 5 gegen 3. Überzahl für die Eisbären. Ortega. Gutes Aufbauspiel. Und Ortega kommt da hinten angeraust und schiebt ihn einfach rein. 2 zu 0 für die Eisbären. Orsten Ortega sein 17. Saisontreffer in der 23. Minute. Hier kommt er ganz langsam angefahren nach oben. Und da ist die Scheibe. Und dann macht er sie rein. Orson Ortega, der kleine, quirlige Texaner, wird immer wichtiger im Spiel nach der Gardereihe bei den Eisbären. Wir bleiben in der 23. Minute. Und wieder die Eisbären über Rankel. Und dann ging es ganz schnell. Landon Ferraro. Ferraro eiskalt. Eben im 4. Spiel bereits das 4. Tor für Landon Ferraro. Nach der Vorarbeit von André Rankel und Maxim Lapier. Ja und die Eisbären, die waren jetzt richtig gut im Lauf. Kettema spielt die Scheibe tief. Achtung, Nöbels. Und da ist doch der Vöderl. Doppelpack für Leo Vöderl. 25. Minute. Das 4 zu 0. Streilmeier lässt die Scheibe vorbei und dann Nöbels zurück auf Leo Vöderl. Keine Chance für Streilmeier. Großer Jubel also bei den Eisbären. Es ist zum Greifen nah, das Heimrecht. Und wieder haben sie Powerplay. Und wieder sind es die Eisbären. Over. Und da kommt der junge Lukas Reiche gleich an die Scheibe. Achtung, Reiche. Und der ist drin. 5 zu 0 mit der Rückhand. Es war gar nicht schnell geschossen. 28 kmh haben wir gemessen. Aber die Scheibe klemmt sich bei Strahlmeier am Schoner ein. Und dann schiebt er sich sie selber ins Tor. Hier nochmal schön zu sehen. Lukas Reiche mit der Rückhand. Und dann streckt sich Strahlmeier und die Scheibe ist drin. Also, noch näher ist es dran. Das Heimrecht. Das Gebüt feiert Michael Böhm. Im Kasten Strahlmeier blieb auf der Bank. Und Michael Böhm in seinem ersten DEL-Spiel bekam bislang nur Markover ins Tor. Aber ein anderer ging bislang nicht rein. Rein in den Infight ging dann Mark Fraser und PC Labrie. Zwei Situationen haben wir gesehen. Also ordentlich was los in der Mercedes-Benz Arena. Dann nochmal Powerplay für die Wild Wings. Poggy kriegt die Scheibe nicht richtig raus. Und dann kommt Dylan Yeo. Das ist eigentlich ein Scharfschützer. Und hier trifft er auch. Dylan Yeo, sein dritter Saisontreffer nach Vorarbeit von Kurz. 59. Minute. Das 5 zu 1. Danach passierte nicht mehr viel. Die Eissbären holen sich das Heimrecht in den Playoffs. Und ein sicherlich erfreuter Leo Föderl. Ich gebe dir nochmal ein paar Worte für Michael Böhm mit, der sein Debüt feiert. Und das war unser Ziel, vierter Platz. Das haben wir jetzt geschafft. Das ist gut. Und jetzt schauen wir mal, wer kommt. Also schauen wir mal, wer kommt. Aber zwei Spieltage sind noch. Und rein theoretisch wäre Platz zwei auch noch drin. Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.